Ähm... Äh... Nein... Da... Eigentlich noch eins zurück, oder? Da... Du bist dann der Power Input... Du bist der Power Input... Kupfer Coil, Kupfer Coil... Also ich bin hier... Power Input... Auf eine Tasche... Kupfer Coil... Kupfer Coil... Input Output... Output... Input... Input... Output... Crystalizer... Zack... 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 Jawohl... Da... Ist da... Schön... Strom... 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 Und... Anschalten... Input... Und... Und... Und dann... Da... Oh... Okay... Na gut... Da... Wunderbar... Dann... Äh... Zack... Äh... Gar nicht mal auf... Was soll's... Zack... 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 Ha... Silikon... Perfekt... Interessant... Mach da auch immer 3 gleichzeitig... Nö... Nö... Wenn man nur 1... Warte... Ein bisschen lahm... Äh... Langweilig... Muss ein 3... Es sind 3 Kanistern... Da zwei gleichzeitig machen... Oder? Ha... Da immer noch 1... Okay... Na gut... Wenigstens läufst du schon mal... Äh... Und aus dem machen wir dann... Hier... Du bist Input... Bzzzzzz... Ah... Okay... Nice... Und dann kriegen wir hier... Welfe... Schön... Und dann kriegen wir hier... Das wird über Nacht... So... Es gibt was gegen einen Monsterspawn-In-Unternehmen... habe ich keine lust dazu gibt es ja eine möglichkeit den monster spawn zu verhindern weil müsste ich jedes monster wenn das soll weil einfangen schon wieder keinen bock drauf naja da habe ich nur hier versteht er noch mal besser schön gut damit werden dann schon mal die werfe hergestellt wir denken den wort man nicht haben was unser wenn unser raketentreibstoff macht die große frage ist nur gerade was macht das ding eigentlich keine ahnung nein was der präzision ist glas motor die haben ja schon die haben wir ja schon elektrik von es wird den bräuchten eigentlich um dieses silikon zu machen und das langsam dass wir hier chemik reaktor elektro leiser das glaube ich oder denn wir brauchen ja hat er eigentlich hat der mod eigentlich irgendwo ein guide gehabt oder advanced du hattest doch ein guide oder habe ich mich da gerade ich weiß es gerade nicht sehr geil jetzt ähm gott von gesport ich bräuchte ich den guide schon ähm lip x lip ok linke ich habe keine ahnung gerade es ist auch wurscht ok kein kopf jetzt gerade ähm also na gut ähm 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 elektronischer genau elektro der elektronischer stimmt da hat die dinge gebraucht basic circuits das heißt basic circuit platte ok gold redstone und die wafer ok gold redstone wafer ok ähm 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 gold redstone das dass ich das auto kraften lohnt das äh ich weiß es nicht klar es ist weit weg zu laufen und hier ich glaube 16 schon die kommt jetzt glaube ich hier rein wo ist dann hier du bist output du bist der input ähm äh das das ach gucken wir mal zu das ist einmal der Rest aha joh joh vielleicht geschrieben oder sowas gelasert aber hoch runter ok ja gut das ist schon vorne ok noch gestempelt ja zack zack ok ok auch gut so und dann kann man hier noch die einfach mal laufen lassen so wunderbar basic circuit platte wunderbar gut äh die frage ist brauche ich davon noch mehr klar wir haben noch karten naja ja 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 genau hier cutting machine dankeschön einmal karten dann kannst du die ja weitermachen so so dann aber da drin liegen oder kann ich auch da reinlegen nein kann ich nicht egal nehmen sie halt mit so dahin will ich gut das einzelne kabel kann auch immer weg so electrolyzer ja was fehlt das ding in der mitte echt ähm maschinen ok muss ich echt 20 machen ich glaube eigentlich nicht aber mach mal ok mal noch 5 ich weiß es nämlich nicht wieviel wir brauchen könnten ok ok so kraft gerade ok zack und den electrolyzer perfekt ok haben wir den dann brauche ich zweimal power input echt zweimal power input kreativ power ja zweimal power input ok das heißt noch ein power input einmal power input nein mensch kann es glaube ich ruhig doch noch ein paar mehr machen so ich muss eigentlich gar nicht aber so maschinen struktur 3 also genau die drei dann fluid output zweimal ja und ein fluid input einmal auch perfekt electrolyzer ok ich nehme an da muss ich Wasser reinfüllen dann brauche ich Tank sondern für Tanks zur Auswahl die Fun-Mechanism können wir noch nicht machen obwohl den könnten wir schon machen aber passen 14 Eimer rein und hier passen glaube ich 16 rein aber den könnten wir dann upgraden machen wir den hier ich nehme mal 2 so die abgebilden könnten danach später ja so dann ich meine wir brauchen Tanks dann brauche ich Wasser Wasser Reser oh wir haben es gar noch etwas aber ich fasse es nicht äh Conduits Pursurized waren es auch noch cool 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 so alles klar wir haben noch Tag draußen zack zack okay jetzt gehen wir hierher das war schon Nacht dann jetzt wir haben noch